in diesem video stelle ich euch maien vor 56 maientown das ist maienmarktplatz hauptsächlich und wie man sieht nicht im wind die stadt in der ich geboren bin und natürlich auch sehr gerne leben eine kleine stadt nähe copeland in der schönen eifel maien hier in maien gibt es jede menge burgen und sogar ein schieferbergmuseum hier links ist mein Lieblingsstönermann ein 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 zweifel zwei Sogar meine Mutter ist mein Geblühen. 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 Das ist Meil. Sogar meine Mutter ist mein Geblühen. Sogar meine Mutter ist mein Geblühen.